Selenskyj NATO-Mitgliedschaft übertrifft Atomwaffenbesitz In einer Klarstellung nach dem EU-Gipfel betont Selenskyj, dass er keinesfalls die Absicht habe, Atomwaffen zu besitzen. Vielmehr sei sein Ziel, die Sicherheit der Ukraine durch die Mitgliedschaft in der NATO zu gewährleisten. Er betont, dass die NATO eine bessere Alternative sei als der Besitz von Atomwaffen, da sie ein starkes Bündnis darstelle, das die Sicherheit und Stabilität in der Region gewährleisten könne. Selenskyj betont zudem, dass seine Aussagen nicht als Drohung gegenüber Russland zu verstehen seien, sondern vielmehr als Bekenntnis zur Sicherheit und Souveränität der Ukraine. Er fordert eine friedliche Lösung des Konflikts in der Ostukraine und betont die Notwendigkeit einer konstruktiven Zusammenarbeit mit allen beteiligten Parteien. Kreml-Chef Putin reagiert auf die Klarstellung von Selenskyj erneut mit Drohungen und betont die ablehnende Haltung Russlands gegenüber einer NATO-Mitgliedschaft der Ukraine. Er fordert stattdessen eine neutralere Position des Landes und warnt vor einer weiteren Eskalation des Konflikts. Die Spannungen zwischen der Ukraine und Russland bleiben somit weiterhin bestehen, während Selenskyj weiterhin auf eine friedliche Lösung des Konflikts und die Sicherheit seines Landes durch die NATO setzt. Wie soll sie beim heutigen Wie soll es die 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 das